Mein Name ist Lan Nguyen, ich bin Masterstudentin der Hochschule Hannover und studiere im dritten Semester Kommunikationsmanagement. Die Digitalisierung hat das Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten unserer Gesellschaft verändert und auch das Social Web in einen Markt digitalisierter Meinungen transformiert. Hier tauschen Menschen ihre Erfahrungen zu Marken, Produkten und Dienstleistungen aus und PR und Kommunikationsschaffende müssen deshalb noch wachsamer sein, den Marktgesprächen lauschen und kreative Strategien entwickeln, um auch die digitale Reputation eines Unternehmens zu pflegen. Denn Unternehmen, die sich gar nicht im Social Web engagieren, finden auch in den Köpfen der Menschen gar nicht statt. Und genau hier in dem Beziehungsmanagement in digitalisierten Märkten sehe ich die größte Herausforderung, aber zugleich auch die größte Chance für die Kommunikationsbranche.